immer den sternchen nach wobei ich anfangen sollte vielleicht mal mit allen leuten zu reden weil ich gehört habe man bekommt skills von leuten von irgendwelchen random leuten auf der straße oder im stadt im stadt ja geiles deutsch wird es schon wieder goldene straße nee das ist was anders okay scheiße für den eigentlich nach aus der goldene weg der nach ausführte oder wie war das so aus dem zauber um das sind die bogenratten irgendwie so war ich gesagt ich würde nicht zurück 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 bis ich den krimson wizard er hat eine brille auf ist ein doktor habt ihr nicht zufällig einen komischen kaktus dinge gesehen oder ich habe schon über nach ihm gesucht das heißt es einem guten dinge widerfahren soll wenn man mit dem kaktus spricht aber er ist schüchtern er bleibt nicht lange am ort hey ihr seid doch auf reisen oder haltet ausschaut nach dem kleinen kaktus es ist ein kaktor ob es ein falsches spiel mann also 32 angriff ist schon viel vorher fünf abgezogen eine vom haben ein 1 Das ist das Wettbewerb. Oh, es läuft doch. Auch, dass man die Hintergrundgeschichten nur zum Teil ganz sieht, aber eigentlich war das so kompletter. Das ist halt ein Bom-Bom-Mann. Ich weiß, was ist das Ding, aber was kommt die Bombs draus? Okay. Okay, Angela braucht noch ein bisschen auf sieben. Oh, okay, Angela ist auf sieben. Was macht uns mehr Schmerz? Kleiner? Die kann sich selbst halten, die soll ich mir zwar anstellen. Sascha wieder hinten. Ruhe. Dieser ist so kompletter. Ach, die mag ich alleine kalt. Hä, da ist noch eine. Oh. Die macht kurzen Prozent auf jeden Fall. Was kann ich... Ich bin der Nachteil. Und wo ist der Nachteil in den Ring? Der gibt einfach nur Verteidigung. Alles klar. Oh, Amadio. den anderen schon, danke. 30 Gugel. Wir haben den beiden Umweg. Wow. So, die füße ich gleich mit, ey. Stimmig, ich muss viel. Die füßen gerade, ja stimmt, bis dann. So ist die Karte da hinten am Auge, oder ne? Das ist aber ein großes Gebiet eigentlich, ne? Wirkt vielleicht nur so, aber es ist eigentlich größer wie die Runde. Man, da hinten geht es auch noch mal irgendwo hin. Halt, dann. Hier geht es! Halt! Halt! Was für eine Karte! Ach, das gibt dann auch diese Prozente unten mit, wo es mir noch gar nicht aufgefallen ist, dass das die blauen Diamanten sind oder was mir da aufsammeln oder Kristalle. Aber das war jetzt auch halt so eine spezielle Reise, oder? Von, ich werde erst zurückkommen, wenn ich den Purpurzauberer habe. Ist das der Kaktus? Und jetzt? Okay. Du Kaktus-Fratz, suche auf deiner Reise nach dem Kaktus-Fratz, einer mysteriösen Pflanze, die sich bewegen kann. Überprüfe alle Ställe und Hüllen, da niemand weiß, wo der Kaktus-Fratz erscheinen wird. Jedes Mal, wenn du ihn findest, erhältst du einen Stempel, je mehr Stempel du hast, desto bessere Preise erwarten dich. Okay. Okay, dann. Hier bin ich. Kaktus-Fratz, alter, wer kommt auf sowas? Kaktus-Fratz, alter, wer kommt auf sowas? Wann, den waren wir unten schon? Nein, den waren wir auch noch nicht. Ai, 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 ai. Oh! Nein! Ist der noch? Ah, sehr gut. Herrsch, jetzt ist da oben eine Kiste. Das Rennen könnte ein bisschen schneller sein. Halt, warte, da geht's lang. Okay, es geht eigentlich. Ich hab schon gedacht, scheiße, wie weit muss ich auch so runter? 400 Wuchere. Wie weit kann ich da entlang bleiben? Ah, okay. Das sieht man an der Karte. Gehe ich mir denn jetzt schon wieder hin? Oh, Feuer! Gehe ich! Ich kann nichts tun. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ist das Valseena? Das ist die Handelsstadt Bayesir. Die Händler gilt der Informationen erhalten, wonach die Magier aus Altenia im Norden einen Angriff vorbereiten. Wir können einen an ihren Spionizenzen. Da darf ich gar nicht in die Stadt betreten. Okay, ich frag mich bloß, warum überall der Captain Blaubeer steht. Kennt ihr noch Captain Blaubeer? Ich hoff's. Wenn nicht, habt ihr was verpasst. Wobei es auch ein geiles Lied dazu gibt. Von den Ärzten. Heißt glaube ich auch Captain Blaubeer. Ist aber schon ein paar Tage her, also. Warte mal. Warte mal. Oh, da komm ich gar nicht drin. Okay. Ist das die Windhöhle? War es so windig? Ah, das ist der Pass, oder? Das ist der Pass, durch den wir gekommen sind, wo dann unsere Reise richtig begonnen hat. Wo er dann losrennt. Und dann das mit dem Schiff kommt und... Ja, scheint wirklich so zu sein. Oh, das ist der Pass, durch den wir gekommen sind. Oh, ja. Mensch, du werf echt viel aus, das Böden müsste gehen. Und wieder mal die Frage. Wie immer und überall. Wer zur Hölle verteilt diese ganzen Kisten? Ja, warum passiert glaube ich. Also, man kommt raus. Äh, nö. Guck mal, wegen Autos speichern. Ah. Ey, wir werden euch jetzt eingeladen, da. I don't have time for this. Stop! I'm gonna kill this one! Crosscut! We go! We go! Der Angriff ist ziemlich krass. Wo ist die andere? Wo ist die andere? Es ist die Prinzessin. Prinzessin Angela, du bist mit Tränen. Du bist mit Tränen, und verabschiedet von ihr Majestät, der true Queen. Was? Warum? Was habe ich gemacht? Warte. Was machst du? the fuck? Oh nein! Angela? Du bist ein Kriminein? Das ist schlecht. Silence you. You are all enemies of the Kingdom. Hey! Bring out those magic devices. Wir trappen them on the bridge! Hey! Alter, WTF?! Jetzt schon? Oh, in klein. Eigentlich ist es ein Bossgegner. Stahlkohle. Sehr schön drauf. Windelweich. Oh Gott! Oh, Alter! Mami, wie kann ich... Don't keep me waiting. I'm on the job. Ah, okay, halten ist nicht. Oh, ich hab keine Shotcuts eingerichtet, ne? Ja, sehr schön, wenn die zusammenstehen. Oh, okay. Are you challenging me? I love you. Hehehe. Hehehe. Come on. Hehehe. So, weg mit dem Ding. Sie sind so stark. Wir müssen den Rückzug... Andröten. Alter, 10! Everyone! Retreat! Oh, fuck. Die Brücke existiert. Das ist ja scheiße ernst jetzt. Ich bin so entspannt. Das ist meine Brücke. Das ist meine Brücke. Keine Brücke. Die Brücke zu Altain-isch mages zu messen. Ich habe alles schon erkannt. Ich habe alles verpasst. Ach so, vielleicht hast du so aufgemacht mit diesem Brücke gezegang. Ach, Alter. Schon jetzt? Du bist es fern, du zu? Um, wenn du es zu spät verpasst, wie Altain-istag. Wo ist den Mastern re欢? Altain-istag. Altain-istag. Er schießt ihre Brücke. Wenn die Mangel sind, Wenn wir hier sind, können wir beten, dass da eine Mana-Stone nahe ist. Wir müssen den Hero-King so schnell wie möglich finden und fragen ihn, wo die Stone und ihre Elemente sind. Aber... Wie sollen wir zu Val Sena gehen, ohne einen Bruch? Verdammtes Mana. Weißt du was, sind's Magierinnen? Sechs Stück gegen drei, haben zwei magische Golems dabei und dann... ...schicken sie die magischen Golems rein. Scheiß, jetzt bin ich hier schon wieder hier. Wir müssen einen anderen Weg finden, um zu Val Sena zu kommen. Val Sena ist praktisch auf unserer Türsteppe. Richtig! Ach Gott, ja, jetzt kommt die Kanone ins Spiel. Was? Der Bruch ist... ... unten? Ohohoho, ich verstehe. Well, hab keinen Angst. Mit meinem Hyper-Deluxe-Super-Kanon-Version 2 ... kann ich alle eure Probleme fixieren. Habt ihr... ...einnamen? Ohohoho, keine Ahnung. Ich bin das. Du musst wieder in mein Backyard kommen. Schau, die Splitt! Das hab ich mir nämlich auch gedacht. Aber hä? Ich muss doch... ... hab doch die vorher anders da kreisen. Außer vorher nur die Lux-Kanone... ... und jetzt super... ... die Lux-Kanone... ... irgendwie so. Was? Nochmal? Jetzt ist es ein Turbo-Kanone. Hm? I got so caught up in making this... ... that I plum forgot about ignition fuel. Nitro-Mite! I need Nitro-Mite to fire this up. Think you can grab some for me? I've got too much work left on my next invention to get it myself. You'll be fine. Der Kleine geht mir voll auf den Sack? Jetzt schon. Ich gucke, wir suchen fuel. Well... ... ich gucke, wir müssen einen Astro-Round. ... um Tunnel zu graben. Okay, wir müssen zu den Zwergen. Der Eingang zum Zwergentröle befindet sich in der Speitssteinkluft. Da findet ihr die kleinen Leute. Once we get to Stone-Split-Gap... ... we gotta find Dwarf Village. Was are we waiting for? We're sure there's a hidden entrance there though. Right? We're sure there... Ah, der ist jetzt nochmal wiederholt? Spring-Pelze, die du findest, um neue Höhen zu erklimmen. Die waren im Secret of Mana ein bisschen komisch platziert. Also Paar. Wollt ihr denn wissen, wo der dämliche Kaktus ist? Wir haben eine Gegend, ich schon wiederholt. Ah, das ist ein Kulinger. Ah, okay. We can take this only in no time. War es da? Wo hast du jetzt? Äh, da gibt es noch einen. Du wärst viel stärker, wenn du sein Messer vorher rausholen würdest, anstatt erst eine halbe Stunde in seiner Tasche zu kramen. Ach dann, wir können dann auch mal wieder Punkte verteilen, aber ich spare euch mal noch ein bisschen. Die Kapuzen, Ratten hören sich an wie kleine Kinder. Und mit dem, die Frieden haben wir gewöhnt. Hä? Dafür habe ich was Schönes für euch. Sag, sag, wecken wir euch. Warte, ich bin verkifftet. Gegenstände. Ja, ja, ja. Weiß ich doch. Mittlerweile. Muss auf der linken Seite bringen wir den Zugriff. Okay. Äh, ja, genau. Status-Effekt. Ähm, ich will das benutzen. Magiergegenstände. Wespenauge. Holz-Holz-Magie-Schaden. Holz-Magie. Hand-Axt, Wurfball, Klassen-Gegenstände, Schluss-Sachen-Samen. Ich bin gerade... Warte mal. Ich muss was nachschauen. Steuerungsanzeige, Helligkeit, nein. Steuerungs-Konflikationen. Don't keep me waiting. I'm on the job. Don't keep me waiting. Come on. Don't keep me waiting. Come on. Don't keep me waiting. Da steht jetzt noch Charakterwechsel. Ringmenü. Ah. Und das stoppt auch alles. Ist der noch vergiftet? Scheinbar nicht mehr. Ich bin auf dem Job. Oh Gott, es steht ja da alles rechts weiß. Das ist... Oh. Manchmal guckt man sich halt dumm vor. Richtig dumm. Ah. Ah. Was ist das? Ah. 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 Mann, als letztes mal nicht auch schon? Ich bin grad wieder unschlüssig. Es geht wieder ab, ey. Jetzt wieder Energie. Okay, wir das halt einfach ignorieren, der Sack. Wie die halt voll mit dem Zeug um sich schmeißen. Hä, was ist es hier? Die Dwarf Tunnel ist... ...supposed to be around here. Right? Ich hab endlich gearbeitet. See this wall, hier? Es ist eigentlich eine Illusion mit Refractive Light. Cool, huh? You know, ...they used to call this place Gem Valley, ...because of all the crystals in the rock walls. The crystals are how the Dwarfs disguise the entrance. Hier, look. This big rock looks normal, ...but I can shine my light to nullify the illusion. I know you want to see, right? Tada! Here is what the entrance to Dwarf Tunnel really looks like. Now get in there! Soće Dwarf Tunnel will end the halls of the ice cream. I mean, the ones that make a magic wand. Let's not die bestie of the people that can't do. They can't do the magic wand. The bestie of the people that grepie the world? They wreak a mental nerve. Es kommt mir so vor, wie wenn eher ich das Problem bin in der Welt.